Hallo, du bist heute wieder da, um eine kleine Nachhilfeunterricht zu geben beim Kochen mit Stoneline-Produkten. Ja, das riecht wie auf heißem Stein. Klasse, es riecht auch schon wie Kochen auf heißem Stein. Weißt du was? Wir gehen in meine Heimat. Wir gehen in Richtung Schweiz. Das kommt ja aus der Schweiz. Das trägt schon ganz gut, weil wir haben hier die härteste und kratzfeste Beschichtung. Seit der Erfindung der Schweizer Alpen. Schau mal, hier wirklich Braten, Geschnesseltes, Zürich-Geschnesseltes. Ohne, dass wir hier Fett verwendet haben. Ich habe einfach das Fleisch reingelegt in diese irrsinnig schöne große Panne. Die sprühe ist wunderschön, sie hat ungefähr 32 cm Durchmesser. Reicht also für mindestens 4, 5, 6, 7, 8 Leute. Je nachdem, was du an Speisen zubereiten willst. Ich zeige das mal hier vielleicht im Brotzustand. Brotzustand meine ich natürlich, ohne dass wir hier drin irgendwas kochen. Ganz kurz, schnell zu erklären. Dieses Set besteht aus einer Glas... Haben Sie ein Glasdeckel? Glaszargendeckel. Glaszargendeckel. Das Wort hat mir gerade eben gefehlt. Glaszargendeckel. Sicherheitsglas, Sarge, warum? Weil der Deckel hier wirklich ganz schön schließt. Das macht auch Sinn. Weil wenn ich jetzt beispielsweise hier ablösche, kann ich den gleich drauflegen. Ich mache jetzt hier einfach ein bisschen Saal rein. So werden Sie sehen, wie das hier sich lecker aufbaut. Oh mein Gott, sieht das gut aus. Das sieht aus so waschen gut. Und jetzt kommt hier diese Deckel drauf. Aber lasst uns doch in der Zwischenzeit noch einmal kurz das Prinzip anschauen. Also das Prinzip ist eigentlich ganz einfach. Auf vielfachen Wunsch haben wir hier unsere erste sogenannte Servierpfanne auf den Markt gebracht. Servierpfanne aus dem einfachen Grund. Weil sie lässt sich ganz einfach servieren und hat unten einen, wie sagst du zu sowas, einen Abstelluntersetzer, einen Schutz. Wir sagen dem etwas Heißes. Ein etwas Heißes. Ein etwas Heißes. Man darf das mal ganz kurz schnell zeigen. Wir haben hier unten eine Gummifüße, die ein Rutschen verhindern. Ich kann also diese wunderbare Servierpfanne da drauf stellen. Ein eingebautes Magnet. Sehe Sie. Nimmt automatisch beim Servieren der Pfanne zum Beispiel an den Tisch. Diese Pfanne, diesen Untersetzer mit. Beide lassen sich wunderbar miteinander kombinieren. Ich stelle das Produkt ab. Schiebe. Ganz kurz und schnell. Das Teil auf die Seite. Ganz, ganz leicht. Und nehme jetzt den Untersetzer wieder mit. Eine super Sache. Sieht doch eher so schön aus. Absolut edel. Was haben wir eigentlich außen rum? Was ist das genau? Also das Edelstahl. Ein ganz, ganz tolles Edelstahl. Mit einem Induktionskochboden. Das heißt, wir können natürlich auch auf andere Herde dieses Produkt benutzen. Aber Induktion ist natürlich viermal schneller als normales herkömmliches Braten. Ah, und hier riecht es auch schon ganz, ganz lecker. Oh, lecker. Geschnetzeltes, Geschnetzeltes aus meiner Heimat. So wie die Zürcher das machen. Ich habe noch eine kleine Änderung. Ich habe nämlich noch Gemüse beigegeben. Wow. Jetzt schauen Sie sich mal hier diese Farbe an. Wow. Ich habe hier wirklich Sahne beigegeben. Es löst sich alles von alleine. Hier wirklich auch genügend Fläche, mal was zuzubereiten, richtig auch zu braten, ein bisschen eine Soße zu ziehen, einreduzieren. Aber ich habe gerade gesehen, du durch mit dem Löffel, mit einem Metalllöffel da drin rumrühren. Ja, ich arbeite einfach irrsinnig gerne mit dem, was ich gleich finde. Ich habe keine Lust, dieses Mal zu suchen. Wäre bei uns im Haushalt wahrscheinlich immer nur der Löffel da. Aber es ist bei einem, bei dieser Beschichtung, bei der Stoneland Beschichtung, kann man durchaus ein bisschen wenden mit dem Löffel, solange ich wirklich hier im normalen Rahmen bleibe. Also wenn ich das darf, mal schnell zeigen mit der Gabel. Man kann natürlich auch hier drinnen richtig mal hin und her rühren mit einer Gabel, überhaupt gar kein Problem. Aber man soll natürlich nicht, ich sage jetzt mal, wie mit einem Spate hier hingehen und die Pfanne durchziehen. Damit zerstört natürlich diese hochwertige Beschichtung, wie man natürlich auch eine hochwertige Lackierung beim Auto beschädigen kann. Aber egal wie auch immer, man kann hier wunderbar rüber, auch mit normalem Edelstahlbesteck. Ja, und jetzt wollen wir das mal anrichten hier. Dieses leckere Geschnetzelte. Hier auch mit dabei der Untersetzer, um gleich hier angeheftet an der Pfanne an den Tisch zu gehen und zu servieren. Und ist das nicht irrsinnig lecker? Und wenn Sie jetzt hier schon mal eine Portion serviert haben, dann einfach warm halten, indem Sie den Deckel noch draufsetzen und schon können Sie in Ruhe essen und sich auf den zweiten Teller freuen. Also hier wirklich die Stonelein-Beschichtung in dieser hochwertigen Edelstahl-Servierpfanne mit dem Untersetzer natürlich auch noch drauf. Das ist super, vielleicht nicht, können wir auch mal ganz kurz das abschütteln, damit wir nachher wieder zeigen können, wie einfach, wie einfach so eine Pfanne zum Reinigen ist, weil sie ist kratzfest, sie lässt sich wirklich sehr robust behandeln, die härteste Beschichtung seit Entstehung der Schweizer Alpen mit echten Steinpartikeln, fein gemahlene Steinpartikel da drin, ich habe sie jetzt nicht nass gemacht, ich habe sie nur einen trockenen Lappen, da geht es normalerweise nicht, aber Selbstschlaf funktioniert das, es ist unglaublich, eine Antihaftbeschichtung mit Easy Clean Effekt, ohne Spülmittel, nichts draus ist, sie schützt die Umwelt, spare ihre Geldbeutel, eine wunderbare, tolle Sache, wenn du jetzt noch den Lappen herklappelt, sie feucht machst, dann glänzt auch wieder alles, aber ich sage jetzt, was ist auch die harte Tour, die du jetzt hier machst, unglaublich. Aber natürlich möchte ich jetzt zeigen, wie hochwertig hier die Stonlein-Beschichtung ist, also hier wirklich die Möglichkeit, einfach schnell zu kochen, nonstick, antihaft, es bleibt nichts, die Reinigung ist sehr, sehr, sehr einfach, nur mit Wasser zu einigen, und 25 Jahre Garantie vom Hersteller, eine gigantische Sache, also vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zubereiten, ich habe jetzt Hunger gekriegt, ich möchte gerne essen, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.